Und mein Ladekabel Holy Hedge, Holy Hedge, Holy Hedge Wapping Woods ist für 3 zu wenig Loot, wirklich Dann geh woanders hin Geht ihr zusammen, Wapping Woods Ich geh Holy Hedge alleine High Kill Rod Leute Das wird 3 zu wenig Loot Ja ich geh alleine Wapping Woods Leute Geht ihr Wapping Woods Ich geh alleine Holy Hedge Da seh ich mich Alleine Holy Hedge Ja, das wird ganz geil Ja Wir landen gleich gar nicht Ja, das wird ganz gut Ja, hä Samira doch auch Ja, zum Glück Ja, du sollst nicht alleine gehen Aber ich fliege halt irgendwann seit einer halben Stunde Und Das ist aber Ja, jetzt so bin ich im Trio Also ich muss sagen wirklich im Trio Finde ich Wapping Woods einfach nicht gut Da ist viel zu wenig Loot Da hat man keinen richtigen Pump Gun Da hat man nichts Ich hab schon ein drittes Mal gelandet Ich hab schon ein drittes Mal gelandet Ich hab schon ein drittes Mal gelandet Was ist das? Kann auch sein, dass da Blumen reinschallert Ja, mach's ruhig Ja, mach's ruhig Sunder knocked Der Meta... mein Gott, ich hab meine Waffen, alter Oh, kann ich den anderen holen? Oh, zu Angst Tut mir leid. Oh, da ist eine blaue Der brennt, sein Haus brennt Dein Haus brennt Von ihm der ist weg wir haben die gleichen Gedanken krass heftig kann das sein, Timo? mir natürlich habe ich mit dir geredet verarsch mich doch ich meinte doch, dass er tanzt und meinst du so, ich tanze auch ich habe mir die gleichen Gedanken ja nein, das habe ich nicht gesagt ich habe gesagt, wo du wo du den Ding, wo der auf einmal weg war habe ich doch gesagt, jetzt ist er weg weil Timo kommt, wo ist der? und dann habe ich gesagt, wir haben die gleichen Gedanken willst du die oder will ich die? vielleicht egal, wer dich von euch hat ich würde das auch nehmen ja, willst du das oder nicht? die wäre halt schon gut, ja weil ne, komm denn du die ne, ich nehme jetzt die andere was ist das? achso, ja das ist ein Einschussgewehr ich weiß, was das ist hör auf ich habe mich doch schon guckt ich habe doch schon gesagt, achso, ja, ja, okay weil ich habe geguckt und dann egal, schon ist das ich habe einfach vier Waffen dabei, ne, Timo hey, ist ein Lugjob, warte mal wo ist der Lugjob hier? ist er hier auf dem Baum drauf? ah, ich habe den Kreatur wird schon weiß, ich kann das vielleicht droppen ey, hier der hat mich dafür in diese Zone schon in 30 Sekunden oh, dann sparst du dich, Timo und noch ein Biggie für einen von euch kann ich das Medikip mitnehmen? mhm das ist schon schwer für mich oh, denk ich, wir müssen so weit, Digga oh, Mann sag ich, auf schnelle, spontane Weise sind die Frau von Wilkin Woods hier oh, warte, geht mal zum ich spreche nichts hier ist der Rift hier ist die Riftfrau, glaube ich ja, die Riftfrau ist hier lass uns Rift nehmen ah, das hat, wir haben jetzt gerade ein bisschen Lack, muss ich sagen Berlin, seid ihr gut drauf so, rein da ah, Miriam ist ja wieder sehr, sehr hoch auf jeden Fall noch ja, lustig da ist ja einer mit dem Auto da ja, passiert die werden abgeballert von da unten das hab wohl geil geil sollen wir ihr helfen, oder ja jetzt soll ich auf den Berg hier drauf da komm ich dann, der ist aber bei dem drinne so, das ist Bob wenn ich aber noch einmal gebt ist, Alter fresh ja, ein normaler Air, let's go wo, ich hab wieder gelegt ich hab recht in den ersten paar mitgetroffen Timo echt? da ist auch noch eine Mühle, brauchst du noch welche? knockt ähm schon abgebadert, von dem Bogen dem hat's, achso, okay, alles gut wie viele Pfeile hast du? ich brauch dir welche ich hab noch 14 Stück sehr cool, wenn noch welche ist, weil du musst ja keinen ja, natürlich 15er, 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 noch's ich Baby, wo sind die Pfeile? ja, was ist, ich bin gut ei, was ist, ich danke Digga, ich hab wieder jemanden getötet er ist in meinen Pfarrer reingelaufen, Timo die Zone kommt, ich hau jetzt ab, tschüss Main-Gebäude oben drauf weil die sind Schüssel hab jemand geholt wir gucken uns an, es geht rein, Pfarrm, Pfarrm, Pfarrm weil sie gefaltet ach Digga ach Digga ach ich seh die lass mal was das Game-Gebäude hier drauf und ist halt ein bisschen High-Ground, Leute der Bob wird ein bisschen mit Stein und Tri-Hard rein oha oha break der ist auf jeden Fall ein Tri-Hard der da oben drauf ist ist das ein Solos oder das sind Solos, ne? die letzten beiden eigentlich können wir den Pushti Timo, weil der allein ist war der da oben drauf oder nicht? ich geh mal auf Sein-Tum, das ist oben drauf break tu mir das im hinteren Ding drin den lassen wir nicht hallen, okay? ich steh mich ganz kurz da muss ich den jetzt bei mir und hat neuner down ja da muss er capnen try out there take the other take the other